Am Freitag muss man bis Sonnen boxen, das ist ganz wichtig. So wie im Training, nicht hier loslegen wie verrückt, sondern aus den Boxen musst du ihn schlagen. Verstehst du? Ganz ruhig rein, sicher aus der Deckung und dann kommt alles von alleine. Da ist die Aufregung weg, da siehst du auch draußen die Leute. Der erste Profikampf ist immer eine Aufregung. Das musst du erleben, das musst du sehen. Da musst du die Linie trotzdem beibehalten. Aber das machst du schon. Kein Problem. Ja. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR